Was ist denn das? Das ist Oregon Pine, mein Lieblingsholz. Kein anderes Unternehmen weltweit ist in der Lage, auf dem globalen Markt ein Produkt besser zu platzieren. Erzählt doch mal. Was? Wie habt ihr euch den kennengelernt? Du magst sie nicht. Ach, darum geht's doch gar nicht. Ich hab bloß das Gefühl, dass sie dein Leben komplett durcheinander dringt. Und du musst da noch was rumgebumsen, da hinten im Kabuff, während ich dabei bin, unsere Firma zu retten. Wo ist ihr Schlipsi? Wo ist ihr Partner? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Vielleicht ist er gerade im Urlaub. Hallo, das ist die Mailbox von Theresa. Bitte hinterlasst mir eine Nachricht nach dem PIEP und ich melde mich dann zurück. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017